Ja, der muss Eisen drunter haben, Höhe rohen und Kollisionen und dann kostet dann so und so und hinten ist der auch noch lahm. Das war, ich habe gedacht, dieses arme Tier. Und du bist ja auch jemand, der viel bemerkt. Ja, absolut. Ich glaube einfach, dass man nach so viel Niederschlägen, wenn man es erlebt hat, über kleine Dinge sich wahnsinnig freuen kann. Also ich sehe ganz, ganz viel. Und ich merke einfach, wie mein Pferd munter wird, aufblüht. Und wenn du es jetzt siehst, ich habe heute wieder auf die Weide entlassen, habe mit einem gestreckten Galopp und wirklich locker und nicht völlig verspannt und verkrampft auf die Weide gekrochen, sondern im gestreckten Galopp wieder auf seine Futterfläche. Also da geht mir das Herz um. Sehr cool, sehr cool.